So, ich schmeiß das jetzt mal rein, was ich nicht brauche. Ah, so. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Wir haben ja nur Holzsachen da. Stein können wir auch gleich noch machen. Ah, noch ein paar... Dann machen wir uns noch eine... Ding. ...Stücke. Dann können wir uns gleich noch eine... ...Hacke machen. Brauchen wir auf jeden Fall noch. So, dann probieren wir das Ganze doch mal. Aber erst brauchen wir eine Schaufel. Wo muss er denn hier? Ich weiß, es ist gerade irgendwie. Aber ich habe ja noch keinen... ...noch keine Kohle gefunden. Da ist Kohle. Yay! Dann haben wir zumindest schon mal Licht. Dann können wir Feuer machen. Und das können wir gleich machen. so. Zap. Zip, zap. Schee. Weg. Dann als nächstes machen wir erst mal hier Stein. Damit wir uns Steinsachen craften können. So. Nur zwei? Hä? Ach, da oben ist noch eins? Aber ein bisschen mehr, weil das reicht ja nicht. Oh, ich muss mich an der Schien setze. Uh. Oh. Yoko wollte demnächst auch streamen. Wenn er anfängt zu streamen, werde ich aus dem Let's Play rausgehen. Also aus der Aufnahme. Damit ich mir das mal ein bisschen anhören kann. Denn ich komme ja, wie ihr merkt, nicht ganz so zurecht. Deswegen, ja. Es ist vielleicht gar nicht mal so sinnlos, wenn ich da ein bisschen zuhöre. Und mal gucke, was er da zu sagen hat. Dann machen wir mal eine Schaufel. Das Schwert wäre eigentlich gar nicht schlecht. Okay. Dann mache ich mal die... Ich weiß, ich bin ein bisschen nervös irgendwie. Wirklich zumindest. Ich mache alles immer doppelt gemoppelt. Ich weiß nicht, wieso. Keine Ahnung. Dann schmeißen wir den Aufwand. So. Erstmal ein bisschen Kohle. Und dann dürfte man ja nämlich uns nach unten graben. Wir werden dann, denke ich mal, in der Schlucht irgendwo rauskommen. Weil ich glaube, die Schlucht ist... Müsste man die nicht sehen? Rein theoretisch müsste man sie sehen. Okay. Machen wir noch mal ein paar... Da haben wir da zumindest schon mal was. Ich werde mir jetzt auch gleich noch einen Ofen machen. Dann ist das schon mal vorbereitet. Ich weiß, ich bin irgendwie ein bisschen leise in letzter Zeit. Ich weiß nicht, irgendwie... YouTube ist irgendwie gerade ein bisschen schwer für mich. Ein bisschen schwerfallend. Ich weiß, kann euch aber nicht einmal sagen, genau warum. Es ist einfach gerade echt ein bisschen viel. Weil man will ja auch ein bisschen Zeit für sich und seine Liebsten nehmen und so weiter. Und durch YouTube hat man ja viel zu tun. Das hat ja Rikon letztes erst im Video gesagt. Und man muss echt viel machen. Damit man überhaupt wirklich auch Spaß dran hat. Weil es ist ja nicht nur einfach diese Videos machen. Sondern du wirst ja auch Resonanz dafür. Und Resonanz bekommst du nur, wenn du wirklich gute Videos machst. Und wenn du regelmäßig Videos bringst. Wenn du diese aber nicht bringst, bist du gleich der Buhmann. Keiner mag dich und so weiter und so fort. Deswegen... Ja. Es ist echt ein bisschen schwer zur Zeit. Alles und da einen Hut zu kriegen. Aber ich bin guter Dinge. Ich gebe selten auf. Deswegen... Ich glaube, das ist schon allein nur aus... Trotz, dass ich YouTube weitermache. Egal, ob die Videos gut sind oder nicht. Ob ich jetzt viel rede. Oder so wie jetzt. Mir geht es richtig mies eigentlich. Ich habe Magenkrämpfe. Bei uns in der Klasse war eine, die hat Magen-Darm-Krippe gehabt. Ich glaube, die hat mich jetzt ein bisschen angesteckt. Und... Ja. Also wie gesagt, ich habe Magenkrämpfe gerade. Mir geht es echt nicht gut. Aber... Ähm... Ich ziehe das trotzdem durch. Schon allein aus Trotz. Schon allein aus Trotz. So. Jetzt würden wir es einmal hier hochkommen. Dann machen wir hier zu. So. Machen wir nämlich da weiter. Oh, wie ich Kies zum Abbauen einfach hasse. Es ist einfach ekelhaft. Da kann keiner was dagegen sagen. Kies abbauen ist ekelhaft. So. Nochmal einer. Ein Lute. So. Ich höre Lava. Das ist ganz gut. Denke ich zumindest. Wir kommen auf jeden Fall näher. So. Ich muss bloß immer wieder kontrollieren, ob die Aufnahme auch wirklich läuft. Ich sollte mir abgewöhnen, in derselben Höhe immer... ...abzubauen, wie ich gerade stehe. Okay. Wenn dann da das Lava rauskommt. Ich bin ja nicht gerade die Schnellste. Ich gucke gerade bloß. Ist über uns. Ah ne, ist es doch tatsächlich unter uns. Okay. Okay. Und Niki hat natürlich... Okay, pass auf. Einmal. Ups, falsches Ding. So, pass auf. Passobacht. Jetzt machen wir das so. Machen wir das so. Haben wir hier einmal das hier. Dann machen wir uns nochmal Spitzhacken. Nur eine mache ich jetzt noch extra. Ich warte auf das Eisen. Ich würde gerne wissen, was für eine Höhe wir sind. Ich würde gerne wissen, was für eine Höhe wir sind. Ich muss unbedingt ein... Ich schläft die Hand ein. Oh, scheiße. Oh, Leute. Oh, Leute. Jetzt habe ich es denn komplett eingeschlafen. Das ist gemein. Oh. Okay. Geht wieder. So. Ich brauche unbedingt einigen Kübel mit Wasser. Jetzt versagt auch nur meine Stimme. Heute ist echt... Gott. Ja, dann sind bestimmt auch Pokémons, die irgendwie selten sind oder so, hundertprozentig. Aber ich kann ja eh keine holen. Ich brauche erst Pokébälle. Die muss ich alle selber craften. Und dafür muss ich erstmal farmen. Leider, Gottes, kriegt man zum Start keine Pokémons mit. Hm. Soll ein Chunk sein. Oh, Marble. Hier haben wir schon mal zumindest noch mal ein bisschen Eisen. Ich weiß zum Beispiel, dass es Super- und Hyper-Bike gibt, aber ich habe keine Ahnung, wie die ausschauen. Geschweige denn, wie man die macht. Ich habe eigentlich gehofft gehabt, dass wir diese Bälle, diese Pokébälle, irgendwo finden oder farmen können. Falsch gedacht, Niki. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hingeraben soll, ganz ehrlich. Ich hasse es eigentlich zu meinen. Das ist echt nicht meins. Begginnend für mein Tiefel. Vielen Dank.